In einem virtuellen Land unserer Zeit lebte einst hinter den glitzernden Regenbögen und den himmelsfarbenen Flüssen eine Herde voller fabelhafter Wesen. Diese ernährten sich von der Liebe und dem friedvollen Miteinander der Menschen, die ihre Welt zum Blühen brachte. Die Menschen wussten von den Wesen, auch wenn sie ihnen noch nie begegnet waren. Die verschiedenen Farben und Meinungen der Menschen ließen die glitzernden Regenbögen in wunderschönen Farben erstrahlen. Doch eines Tages überschatteten Hass und Lüge den bezaubernden Lebensraum und die Regenbögen verblassten immer mehr. Die Herde hatte nur noch ein einziges Neugeborenes, ihre letzte Hoffnung für die Zukunft. Es schien ohne Furcht geboren zu sein und entschlossen Hass, Hetze und Intoleranz in der Menschenwelt zu bekämpfen. Untertitelung des ZDF, 2020